Weiter geht es in dieser Handelswoche und damit erst einmal herzlich willkommen zu meiner DailyDAX-Morgenanalyse, wo ich den DAX charttechnisch analysiere, Szenarien für heute aufstelle und auch ganz konkret erzählen werde, wie ich heute den DAX traden werde. Und heute können wir es im Prinzip relativ kurz machen, denn strukturell hat sich bis jetzt logischerweise auch gar nicht allzu viel verändert. Wir hatten über das Wochenende keine Ereignisse und somit gibt es dann heute Morgen auch keine Veränderungen im DAX. Der DAX notiert auf ähnlichem Niveau, wie er dann am Freitag auch schließen konnte. Und damit bleibt strukturell alles beim Alten. Auf sämtlichen Ebenen ist der DAX long, aber er ist jetzt schon relativ weit ausgedehnt, sodass jetzt so langsam wieder eine größere Korrektur wahrscheinlich wird. Für mich und bis zum Handelsstart um 9 Uhr sind folgende zwei Dinge relevant. Sollte der DAX das Vortagestief, also das Tagestief vom Freitag, mehr oder weniger halten, ein kleiner Ausrutscher auf der Unterseite darf passieren Richtung 18.700, aber sollte es den DAX dann relativ schnell wieder in die Handelsspanne vom Freitag ziehen, dann ist er für mich weiterhin kurzfristig long. Ich werde für heute so oder so weiter long aufbauen, weil die Parameter dafür einfach noch gelten. Erst wenn der DAX die 18.500 rausnimmt, wäre er auf Basis meiner Parameter Short, dass ich zusätzlich zu meinen Long Positionen Short aufbaue. Bis dahin gilt für mich der reguläre Long Aufbau. Somit mache ich auch heute nichts anderes als die ganzen Tage zuvor und zwar einfach weiter kontinuierlich long aufbauen und über das Management die Position verwalten. Natürlich kommt irgendwann dann auch mal der Tag, wo ich mit einer frischen Long Position nicht direkt in den Profit laufe und dann die Positionsmanagement Technik Anwendung findet, wie jetzt beispielsweise, wo sieht man es? Hier in dieser Zone, wo ich dann halt gemäß Regelwerk eine Long Position reinnehme, dann setzt erst einmal eine Korrektur ein, aber so ist das, wenn man gestaffelt sich in den Markt einkauft, dann baut man über eine bestimmte Vorgehensweise Positionen auf und über eine ebenso vorgegebene Vorgehensweise werden die Positionen dann wieder abgebaut und dabei stetig Gewinne erzielen. Somit ist die Sachlage relativ egal, wo der DAX heute eröffnet, es sei denn, er sollte die nächsten zweieinhalb Stunden bis unter die 18.500 fallen, werde ich auch weiter long aufbauen, aber mit Unterschreiten des Tagestiefs vom Freitag wäre dann schon der erste Schritt in Richtung einer größeren Korrektur gemacht und wenn die 18.700 unterschritten wird, beziehungsweise wenn der DAX dann wieder in die Handelsspanne vom Donnerstag eintaucht, sollte es eigentlich auch relativ zügig Richtung 18.600 Punkte gehen können, wo dann auch das 23.600 FIBO bezogen auf die komplette jüngste Aufwärtsbewegung sich befindet und bis dahin ist der DAX noch im Bereich der Minimalkorrektur und sollte er sich spätestens bei der 18.600 stabilisieren und im weiteren Verlauf auf neue Hochs handeln, dann haben wir es mit einem sehr starken dynamischen Trend zu tun und sowieso, wenn der DAX innerhalb seiner jüngsten Struktur weiter handelt und nicht mal schafft, das Tagestief vom Freitag großartig rauszunehmen. Schauen wir dann nochmal ganz kurz auf den Tagesschart. Interessant ist jetzt allerdings, dass inzwischen sämtliche Indizes im extremen Bereich der Oszillatoren handeln, also wir haben jetzt inzwischen eine überkaufte Situation, was dann mit jedem weiteren Handelstag wie die Indizes und hier jetzt der DAX weiter steigen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte Korrektur. Da ist dann halt die Frage, findet sie auf preislicher Ebene statt oder auf zeitlicher Ebene? Auf zeitlicher Ebene wäre dann so eine Geschichte hier, wo wir dann erst einmal eine Woche lang Seitwärtsbewegung sehen, bevor es dann weiter aufwärts geht. Short ist der DAX auf keinen Fall. Das wäre jetzt hier auf dem ganz großen Bild erst unterhalb von 17.400 Punkte soweit. Wenn man jetzt so ein bisschen höher schaut, wäre dann die Zone um 17.820 Punkte zu nennen. Daher ist es auch wichtig, dass der DAX jetzt kurzfristig mal auskorrigiert. Wäre vielleicht eine Option heute und morgen um dann im weiteren Wochenverlauf weiter zu steigen, dann hätten wir nämlich auf sekundärer D1-Ebene eine Trendstruktur, an der wir uns dann letzten Endes orientieren können. Aber im ganz kleinen Timeframe auf Tagesbasis sind dann die jeweiligen Vortagestiefs entscheidend. Momentan haben wir eine Abfolge von steigenden Tagestiefs und sollte das erst einmal gebrochen werden, dann kann das ein guter Indikator dafür sein, dass eine etwas größere Korrektur einsetzt. Ja, ansonsten hat sich auf dem großen Bild natürlich nichts geändert. Der Wochenchart, ja, unverändert gegenüber meiner DAX-Wochenanalyse. Dann die US-Indizes mehr oder weniger auch unverändert, wobei sie sich jetzt schon so leicht positiv schieben. Aber hier ist jetzt keine große Veränderung zu verzeichnen. Somit ist der Fahrplan für heute klar. Ich werde weiter Lungen aufbauen. Business as usual sozusagen und mehr passiert dann auch nicht und die Position verwalte ich dann entsprechend meiner Managementregeln. Schauen wir dann auch noch mal ganz kurz auf den Wirtschaftskalender und dann hier an dieser Stelle, ja, keine relevanten News für heute. Von daher sind hier keine Impulse zu erwarten. Und dann hier nochmal der Hinweis, falls du es noch nicht getan haben solltest, natürlich diesen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, denn jeden Morgen gibt es eine Daily DAX-Morgenanalyse und ich bin bis zu dreimal die Woche live. Und morgen ist der nächste Livestream angesagt, und zwar großer Livestream-Tag, wo ich den DAX und den Dow Jones sowohl in der Vormittagssession als auch in der Nachmittagssession gemeinsam mit dir trade. Also, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, jetzt den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann wirst du in der Regel auch benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht oder sobald ein neuer Livestream ansteht. Ja, das war es dann mit dieser Daily DAX-Morgenanalyse. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen hervorragenden Start in die neue Handelswoche, erfolgreiche Trades und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.